So, vierter Tag der Plank Challenge. 45 Sekunden tiefe Plank, 45 Sekunden hohe Plank und 10 Sekunden Pause. Und dann würde ich sagen, starten wir unter Armstütz. In 10 Sekunden geht's los. Los. Vier, drei, zwei, eins und los. 45 Sekunden hier. Halbe Minute noch. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. 10 Sekunden Pause und dann 45 Sekunden die hohe Variante. Achtung und los. Halbe Minute ab jetzt. Noch 20. Die letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Sehr gut. So, ich hoffe ihr seid gleich alle beim Training dabei. Alles klar! .